hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von dc universe online hoch was das denn auf jeden fall letzten part sind wir leider verreckt da wir verreckt sind mit diese logik bei wem hier zurückgeworfen worden von einem gegner und der hat uns direkt eine gruppe von anderen gegnerin reingeworfen und die haben mich dann alle verprügelt wie auf dem pausenhof aber nicht schlimm nämlich jetzt haben wir unser laser augen wieder vor hilfe das war hier hinten glaube ich irgendwo ja ich weil die die hier vor uns sind haben mich hier reingehauen zu denen alter was wir dachten ich habe wieder abbekommen laser augen verbrenner ich kann jetzt nicht schnell mache meine entzündenden fähigkeit noch erhöhen was das hier egal ich jetzt haben natürlich auf kurze distanz gut wo das ist stark was geschockt die laser augen nur hat sie nicht stark denn schaden davon sondern macht auch die das ist natürlich ab auch gar nicht so unglaublich wie ich gedacht habe egal hauptsache ich kann die besiegen und los geht's ich sehe wieder nichts hilfe genau deswegen bin ich oh ich kann mich nicht bewegen die haben mich in die ecke gedrängt ich sehe gar nichts mehr ich sehe gar nichts mehr hilf mir ich sehe gar nichts mehr hilfe alter das was ich so bei manchen mmos aber ich habe das nur ganz knapp überlebt ohne jetzt von die direkt hinter mir weil wir mal so typisch ich versuche sie darauf zu rennen außer bis radios von denen ja ich habe es geschafft also was du recht da sie wäre ich fast deswegen verreckt die erledigt mal mit meinen laser augen jetzt kümmere ich mich direkt mal um die meine rache wird kommen zwar jetzt und kam er mehr ich werde zuerst die schwachen angreifen ich denke ich hätte mehr reichweite laser augen neben feuerbälle und besiegt so möchte ich noch mal an verwandle irgendwas stein in splitter da muss ich einfach nur die steine zerstören auch in den kampf wir nehmen den kristall verschwindet oh, die hat die schon erledigt schade hat mir nichts mehr übrig gelassen alle hinten kämpfen noch welche und komm schon jetzt laser augen den rest gleich schließlich einfach so drauf hab ich geschafft und der kristall ist auch kaputt gegangen fragezeichen ich bin auf jeden fall nicht mehr so, die haben über den haufen geschossen so, das mache ich die besiege ich übrigens nur, damit ich hier meine fähigkeiten wieder auffüllen nehmen wir den gegner besiegen füllt sich das nämlich wieder auf bei den göttern spüre die laser und jetzt haue ich sie weg boah ich mache mir gut schaden bei athena boah, nie einen einzelnen feind unterschätzen die machen mehr schaden als man denkt ich frage kann ich auch eigentlich hier diesen kristall anwesend einfach nur und dann nur den kristall zerstören und die nicht angreifen das würde mir die zeit um einige zeit sparen bei den göttern ne aber die eine da hinten läuft mir glaube ich nicht an komm schon wir sehen kristall an wir nehmen den kristall verschwinde bei den göttern laser augen aktivieren wir machen die so ein stürmer angriff weswegen ich umgeworfen werde was alle auch kommen schon ich habe irgendwie ein helm bekommen wie ich mal aufsetzen der ist schwach aber die schuhe habe ich neuer wir passen irgendwie nicht zu meinem charakter außer ich würde den kompletten stil ändern aber war eigentlich wohl ich kann die füße gar nicht ändern dann müssen die wohl so bleiben so sind noch kristalle ah hier hinten du kannst uns nicht aufhalten so werden aber alle gleich erledigt sagt er als er heftig damage kassierte auch dann kam irgend ein anderer typ und half mir juhu kommen auch schon andere das ist gezielt als geholfen zerstören alle die kristalle so dass ich nichts mehr machen kann wenn es noch ein kristall den muss ich mir holen vor die anderen helden beziehungsweise schocken hierhin kommen auch wenn das ganz schön viele waren gerade eben da war ein kristall muss ich noch zerstören das wird der hier sein das war noch schnell die hier fertig aber ich hatte es immer wenn ich die läderung machen werfen die mich um hoch das hat ja voll wenig oder meine heil ich kann ja nichts machen was mich in ruhe aber auch wenn ich die ganze zeit umzuwerfen aber schon stehe auf aber das knappe muss hier weg das gebäude hoch ich habe solche gebiete ganz ehrlich so ist mir hier oben und kann direkt die nächste mission auswählen ich habe hier noch eine hose bekommen die aus oh ne äh beide die wir die altan so diese riesige gierige nerren sie spielt mit meinem ritual herum in der hoffnung dadurch macht voller zu werden aber sie wird dadurch nur erreichen dass wonder girls kräfte erstarken du musst diese situation die amazonen dürfen nicht noch eine waffe gegen uns erhalten ich glaube ich glaube ich nehme diese anschaue so würde ich sagen auch zunächst mission jetzt hier hinten so ein feindlicher hält kann ja mal pvp gegen den versuchen ist auch nicht welche der hat was ist der minute taurus hier oben welche das aber schon die die legende als namenszusatz deswegen außerdem sind noch mehr leute die pvp haben also ich schnell mit denen die amazonen führerin hat ich habe keine lust gegen irgendwelche typen jetzt zu kämpfen die mich töten könnten und wo ich dann nochmal neues bauen muss so finde giganta liebend gern dem rede ich auch noch amazonen haben wahrheitskugeln die ihnen im kampf stärke verleihen zerstöre die kugeln und verschafft uns bei den göttern der sich drauf die mit denen hier sperren die sind mega nervig wo kommen wir jetzt auf einmal her der muss mich jetzt schon wieder heilen alter die übertreiben es bei den göttern aber wo kommen die ganze zeit die feinde ist ja schon nicht mehr schön und laser augen auf doom hier wenn wir diesen typen wiederbeleben das ist ein recht starker gegner du kommst nicht durch ich werde wonder girl mit meinem leben beschützen das will ich sehen das wäre so eine sperrträgerin so war das alle soll ich es noch so ein beserker vielleicht kann ich ihn wiederbeleben und bäm weckerhauen das ist einfach voll das kommen muss im nachkampf sind mit diesem piston typen extrem schwer mein nachkampf fällt das ist um einiges einfacher gehabt so das hat mich dann kaputt gemacht jetzt hier jetzt spüre meine laser augen aus sie hat mich natürlich wieder zum 142 mal um so